Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mystery, heute auf dem Pferdchen. In der Folge heute erwartet euch eine ganz schöne Menge, ich werde zusammen mit dem Kalimero einen letzten Besuch bei der magischen Miesmuschel machen, bevor diese vom Kroko in die Luft gesprengt wird und vom Lars und dann werden wir gemeinsam mit dem Kalimero zusammen meine Schmiede zu Ende bauen. All das gibt es in dieser Folge zu sehen, genau wie die Drohung des Kalimeros, wie es hier mit dem Biomkrieg weitergeht. Ich würde sagen, wir hüpfen rein und schauen mal, was der Kalimero uns oder warum der Kalimero uns besucht hat. Kalimero? Ich bin nicht da. Er ist nicht da? Okay, okay, okay. Du hast blau irgendwo hier überall. Was? Blau am Körper. Echt? Du auch? Ja, ich habe es schon gesehen, ich habe es schon gesehen, aber Professor Alba ist nie da, wenn man ihn braucht. Ich habe ihn schon die ganze Zeit gesucht. Ja, der treibt ganz komische Dinge, du. Ich habe gehört, irgendwie bei dir ist schon mal irgendwas passiert, du hast irgendwie fast den Kopf verloren. Mhm, ich habe ihn inzwischen wieder, aber das haben wir tatsächlich ohne Alba geschafft. Okay. Kalimero, ich habe mal eine Frage. Ich habe die wilde Theorie in den Kommentaren gelesen, dass manche Leute behaupten, dass die magische Miesmuschel nur Nein sagen kann. Wollen wir das einmal zusammen überprüfen gehen? Das finde ich aus, gerne. Gut, dann lass uns mal schnell rüber. Du hast der Miesmuschel die Frage der Fragen gestellt. Ja, ob sie vertrauenswürdig ist, wenn sie es geantwortet hat. Ja? Nö. Sie hat Nein geantwortet? Ja. Hast du überhaupt schon mal eine andere Antwort als Nein gesehen? Ich habe nur einmal gefragt. Danach war das Ding für mich erledigt. Mann, 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 Mann. Man muss ganz achtsam und sitzsam mit den königlichen Hoher umgehen, wenn ich das mal so sagen darf, Kalimero. Nö. Das ist mir völlig wurscht. Wenn man ihr nicht vertrauen kann, dann interessiert es mich auch nicht mehr. Okay, okay. Ich gucke mal, was die königliche Hoheit dazu sagt. Kommst du? Ja. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Den brauche ich jetzt ja nicht mehr für die Ahn-Galerie. Was hast du angestellt? Das war der Zombie-Kopf, den ich mir mal besorgt habe mit einem Charge-Creeper. Aber da ich ja jetzt wieder meinen Kopf habe, kann Kroko den für König Kevin repräsentativ in der Ahn-Galerie aufnehmen. Okay, ich sehe schon. Also hier ist eigentlich nicht viel passiert. Das Wasser ist immer noch genauso da. Ein paar Ender-Chests sind irgendwie weg. Jetzt lass uns mal schauen. Okay, ich sehe schon, der Kroko hat sogar wieder seinen Hammer dahingestellt, um hier zu huldigen. Okay. Kalimero, lass uns mal eine Frage stellen. Muss der Kalimero auf dich hören, magische Miesmuschel? Sie hat es ganz klar gesagt. Das war ein ganz klares Ja, Kalimero. Ja, aber wenn sie mir schon davor erklärt, dass ich nicht auf sie hören muss, dann juckt mich das nicht. Ja, das Urteil hat jetzt gesprochen. Da kann ich nichts gegen machen. Ja, nee, nee, nee. Das Urteil hat zuerst gesprochen und dann, die ist widersprüchlich. Die macht keinen Sinn. Die hat sich keine klare Logik bekommen. Jetzt gehen wir ja weg hier. Erzählt Kalimero Quatsch. Sie sagt es. Sie sagt es, Kalimero. Du hast die manipuliert. Ich weiß Bescheid. Habe ich die magische Miesmuschel manipuliert? Nein. Das hat gerade aufgeleuchtet. Ja, ja, ja. Es hat gerade aufgeleuchtet. Die ist sowas. Hast du nicht gerade gesehen, dass es Nein war? Meinst du, ich habe die Fragen jetzt hier eingeübt, um drei Fragen hintereinander zu stellen, die dann Ja, Ja, Nein sind? Nee, du hast aber der Miesmuschel gesagt, dass sie immer sozusagen dir in die Karten spielen soll. Ja, ja, ja. Infame Lüge. Kalimero, wenn du mit der königlichen Nohaut nicht zurechtkommst, habe ich mal eine Frage. Und zwar, kannst du uns deinen Guardian-Tempel einmal zeigen, den du gemacht hast? Weil ich brauche davon, denke ich mal, irgendwann mal bald Materialien. Und das wäre super, wenn du mir mal zeigst, wo ich da hin müsste. Ich habe das ganze Zeug in meinem Shop. Ich will es mir nur mal angucken. Nur für die Optik. Ich weiß nicht, dass ich da jemals selber was fahren würde. Klar, kann ich dir zeigen. Sind wir schon angekommen? Das ist ja hier direkt nebenan quasi. Ah, er hört mich nicht. Kalimero, ich habe gesagt, das ist ja fast direkt nebenan. Ja, das ist wirklich fast nebenan. Das ist der zweitnächstgelegene Tempel. Okay. Und du kennst, was das hier ist? Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich mal schauen. Was ist denn die richtige Ausrichtung? Flieg mal von oben. Flieg mal von oben drüber, dann siehst du es wahrscheinlich. Okay, wir fliegen mal hoch. Ah, ein Guardian! Wie cool ist das denn, Pixelart? 16x16? Nee, ich glaube größer, ich weiß nicht mehr genau. Okay, wenn man den Burschen und die hier anguckt und das jetzt so erkennt, sieht es auf jeden Fall schon mal cool aus. Nein, jetzt ist keiner. 16x16. Wie funktioniert die jetzt? Guck mal nach hinten dran. Da hinten dran ist die ganze Magie. Und zwar haben wir da oben eine Spawn-Plattform. Warte, 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 warte. Ich muss hinterher fliegen, ja. Ah, ja, sorry, sorry. Warte, wir können sie auch hier in den Kuss stellen. Genau, also die ist so positioniert, dass, wenn ich mich da oben hinstelle, dass die Guardians wirklich nur in diesem Radio spawnen können, sodass die wirklich hier in diesen Blubberblasen spawnen. Und dann werden die einfach hier auf die Lagerfeuer getrieben. Ey, der macht ein Auge auf dich. Der macht Auge, Calimero. Ja, ja. Und die werden relativ schnell sehr, sehr nervig hier, deswegen werde ich da gleich wieder rein. Okay, ich verstehe das. Die werden nach oben, werden dann zur Mitte getrieben und hier werden die gekillt und du sammelst das dann alles mit dem Hopper-Minecart auf. Und das Hopper-Minecart im Übrigen, das kommt gar nicht hinterher. Ich stand da letztens mal eine Weile auf, und als ich wieder zurückkam, hat es hier geruckelt wie sonst was, weil da einfach viel zu viele Items waren. Okay, so viele Entities? Ja, tatsächlich muss ich da wahrscheinlich nochmal hier alles mit Hoppern machen und nicht nur mit einem Hopper-Minecart. Ich dachte mir, spare ich ein bisschen Materialien, aber nee. Okay, okay. Also man steht da oben, nur der Bereich wird geladen, die spawnen, und dann hast du hier hinten wahrscheinlich einmal alles durchsortiert. Ja, exakt. Okay. Das heißt, wenn ich nicht bei dir im Shop einkaufen will, sondern einfach die Materialien so brauche, stelle ich mich da oben hin und nehme sie dann wieder passend raus? Genau, genau. Okay, perfekt. Ja, echt cool, hier das Teil zu haben, weil die Baublöcke ist sonst so gut wie unmöglich irgendwie gefühlt da in gescheiten Mengen ranzukommen. Ja, ja. Kalimiro, jetzt stelle dir die Frage nochmal. Stelle dir die Frage nochmal. Bring mich nicht einfach um. Also wenn du es jetzt zweimal hintereinander sagst, dann glaube ich dir das. Wie, nur das erste Mal killt. Nö, nö, nö. Doch, 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 doch. Jetzt stell deine Frage. Ja, klar, ja, klar. Komm, stell die Frage. Stell die gleiche nochmal. Nö. Doch. Doch, drück ihn. Schau mal, weißt du, weißt du, du hast erst jetzt die Aufnahme gestartet und wenn ich das jetzt nochmal mache und dann die Miesmuschel wieder verwirrt ist, weil die gar keine Ahnung hat, was sie eigentlich erzählt. Ja, sonst kannst du ja erzählen, was du willst. Ich habe da gar keine Lampe gesehen. Also, ich habe da gar nichts gesehen. Ich kann das ja gar nicht glauben, was die Miesmuschel gesagt hat. Videobeweis, Videobeweis ist. Ich habe kein Video angehabt. Komm, Kalimiro, drück mal den Knopf und stell dir eine Frage. Drück den Knopf. Liebe, allerliebste Miesmuschel, ist es mir erlaubt, den Janus umzuhauen? Siehste? Die lügt nicht. Du hast aber nicht lü, 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 lü. Doch, jetzt hat er es gesagt. Ey, 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 ey. Oh. Du schuldest mir sowas von Totem. Du bist der Einzige in der Totem, der es dir anbietet, Kalimiro. Ich biete keine Totems an. Ich habe Angst, die magische Miesmuschel hat meinen Tod bestimmt. Darf ich mich an Kalimiro rächen? Nein, darf ich nicht. Tja, selber schuld. Selber schuld. Traut er sich nochmal? Der war jung. Ich sehe schon. Kalimiro und die Miesmuschel möchte meinen Tod sehen. Das geht nicht. Weißt du, ich habe gestern extra neue Totems besorgt und jetzt ... Ist schon einzig. Nein, nein, nein. Nur wegen dem Janus. Ich bin wieder schuld. Stimmt, ich habe auch das Lügelig vergessen. Okay, Kalimiro. Ich glaube, wir lassen die Königin mal in Ruhe. Wir stören ihre Ruhe hier. Und ich muss mich jetzt mal hier an die Arbeit machen mit der Schmiede, weil sonst geht das gar nicht, oder? Und du musst auch fleißig sein, Jungen. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Jetzt stell deine Frage. Du musst Lü, 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 Lü sagen. Muss ich immer Lü, 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 Lü sagen? Guck. Ha, okay. Miesmuschel hat es mir erlaubt. Nee, du musst es schreien. Also muss Kalimiro immer Lü, 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 Lü schreien? Das habe ich nicht gedrückt. So, äh, ist mir wohl. Darf der Janus seine Schmiede bauen? Nein. Hä? Das ist doch hier Manipulation. Ja, ganz normal wird es endlich mal weitergehen. Vier Folgen waren es jetzt, glaube ich, und drei Streams, die sich nur mit den Pranks beschäftigt haben. Das ist eine ganz schöne Menge und ich möchte heute jetzt mal hier mit der Schmiede vorankommen. Keine Ahnung, wie lange ich da schon dran bin. Ich glaube, bestimmt seit irgendwie 15 Folgen oder sowas. Immer mal wieder, natürlich mit Pausen. Und die möchte ich jetzt hier mal gerne zu Ende bauen. Sieht, glaube ich, noch alles heiler aus. Das Gebäude war fertig und hier wollte ich jetzt so eine kleinere Schmiede mit einem größeren Schornstein machen und in der Mitte so einen kleinen Turm. Auch muss ringsherum einmal die ganze Landschaft gestaltet werden. Ich warte natürlich nochmal ab, ob von denen beim Biom-Pring kommt. Nichtsdestotrotz muss ich irgendwie das Transportsystem anschließen. Das hier mehr noch alles so schmiedenmäßig machen, den Boden ein bisschen mehr kaputt machen und dann darf natürlich das Interieur und die Deko ringsherum nicht fehlen. Also, noch eine Menge zu tun. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an und arbeiten hier am Häuschen ein wenig weiter. Plan ist, Turm drauf, hier so einen kleinen Holz-Workshop hinbauen, also so eine Überdachung aus Holz und hier dann einen großen Schmiedeofen. Das ist der Plan, mehr als genug zu tun. Let's go! So, die Schmiede kommt gut voran. Ich habe jetzt das kleine Türmchen hier drauf gesetzt, dass es so ein bisschen, ja, abweichend aussieht. Ich finde, das sieht ein bisschen wie eine Kathedrale aus oder wie so eine kleine Dorfkirche, aber das geht noch. Hier vorne ist jetzt der kleine Workshop hinzugekommen mit viel Holz drauf und hier hinten ist leider im Dunkeln. Ich muss das noch ein bisschen erleuchten, damit man das sehen kann. Entsteht jetzt hier der große, große Hochofen. Hier vorne ist ja der kleine und hier hinten kommt dann jetzt der große Hochofen hin. Ich habe jetzt ganz, ganz freundliche Unterstützung erhalten und zwar vom Calimero. Du willst wohl irgendwie den großen Ofen benutzen? Ja, gerne, gerne. Guten Tag, wo bist du? Ich bin von hinten gegangen. Ach man, ich wollte jetzt so richtig so lustig da aussehen. Okay, warte, okay, okay. Klopf, klopf, klopf. Und da ist der Calimero mit dem, hat gesagt, du willst den Ofen benutzen, ne? Ich will ihn nicht benutzen, ich will ihn einfach mal bauen, damit er ihn benutzen kann. Genau, also der hat gesagt, er will helfen. Also, wenn du magst, kannst du diese Wand mit dem Ofen gestalten. Da ist sogar ein bisschen Wasserleitung und Technik noch notwendig, weil Inputs sind hier drunter. Musst du aufpassen, dass wir hier keine anderen Items reinfallen lassen. Und hier kommt halt das Wasser raus. Also, da muss auch ein bisschen was gemacht werden. Ja. Aber wie komme ich zu dem Glück, dass du mir hilfst? Einfach so. Einfach so, okay. Du musst ja nicht immer nur nerven. Das sagt er, okay. Gut, wir machen weiter, Leute. Das Teil muss heute hier fertig werden. Janus, ich hab einen Zaubertrick für dich. Geh ich mal um. Wie? Die Schmiede ist fertig. Wie hast du das denn gemacht, Calimero? Mystery. Mü- Ja, wir sind doch hier in Mystery. Hahaha. Okay, der war schlecht. Nein, Leute. Calimero hat mich so sehr abgelenkt, dass ich vergessen habe, die Replay-Mod wieder zu starten. Ich schiebe die Schuld jetzt einfach auf meinen Gast. Natürlich. Und ja, von außen ist das Teil fertig. Ein paar Details kommen bestimmt noch ran die Tage. Calimero, du hast die Technik gemacht. Ich zeige aber erst mal meins von außen, okay? Jetzt mal Butter bei der Fische oder wie man das auch immer so schön sagt. Fische bei der Butter. Wie findest du die Schmiede oder das Schmiedengelände? Ja, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Also gefällt mir echt gut. Ich glaube auch, also ich würde sagen, so ein kleines Biom hier an der Nähe würde ganz gut tun. Ich habe gehört, du hast schon gedroht, dass der Biomkrieg noch nicht zu Ende ist. Vielleicht? Ich habe nicht gedroht. Ich habe nur eine kleine Anmerkung gemacht. Was hast du gesagt noch mal? Du hast noch kein weiteres Biom, aber wer weiß, was da noch kommt. Ich habe keine Ahnung, du. Ich auch nicht, ich auch nicht. Genau, also ich habe den Weg reingezogen. Wir müssen noch mal schauen, dass wir hier die ganzen Schmiedensachen machen. In drinnen ist es nicht fertig. Hier muss noch der ganze Schmiedenbereich, der klassische, sage ich mal, mit den Werkbänken und dem ganzen Zeug drumherum gemacht werden. Ansonsten ist das Gebäude fertig. Hier und da hängen Ketten runter. Ich habe mal unseren wertvollen Zeug, direkt hier am Haus gestapelt. Sieht, denke ich, ganz cool aus. Hier hinten ist jetzt der XXL, nee, Räucherofen klingt falsch, Schmiedeofen, wo da natürlich noch mit Lava rein muss. Und ansonsten ist es, glaube ich, hier doch durchaus als Gebiet erkennbar, wo hier eine kleine Schmiede gebaut wurde, oder nicht? Ja. Sagt einfach mal nichts zu der Kalimero, das diplomatisch raushalten. Ja, gesagt, aber ich habe es aber nicht gehört. Okay, das ist so das Ergebnis. Und der Kalimero hat die Technik gemacht. Und zwar hast du jetzt hier drinnen, sag ich mal, fleißig gemacht. Ich habe noch die Decke hier eingezogen, das ein bisschen schicker ausschaut. Und du hast hier jetzt die Ein- und Ausgabe gemacht, ne? Ja, es sieht voll unscheinbar aus. Aber hier unten drunter sind einfach ein paar Trichter verlegt und da ist nochmal eine Dropper-Club. Wollte ich sagen, hier ist nochmal Technik. Also gar nicht so einfach, wie man das denkt. Magst du mal was reinschmeißen? Mal gucken, ob wir noch alles richtig haben. Wir können es testen. Ich hoffe, es klappt. Das war doch safe, die Ausgabe gewesen vorher. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt vertauschen. Das wäre echt gut. Nee, das klingt gut. Oder wir hätten eventuell eine Redstone-Chest hier machen sollen, oder? Das wäre sinnvoll gewesen, aber zu spät. Wir legen wahrscheinlich unsere Tools da rein. Alles gut. Ich schmeiß mal aus, was den Kalimero in die Kiste. Und gut ist. Ich gehe mit Kalimero hier in die Kiste. Okay, das sage ich jetzt nicht. So, jetzt gucken wir mal, was rauskommt. Jetzt rennt er ganz schnell weg von mir hier, der Kalimero. Ja, ja. Ja, ja. Ich gehe nicht mit dir in die Kiste. Ganz sicher nicht. Okay. Bist du jetzt noch nichts rausgekommen, Kalimero? Ja, jetzt warte doch mal, bis das gebacken hat. Das ist ein super Ofen. Der backt nicht. Der ist einfach da. Und schon ist alles diepsleid da. So schnell geht es. Super, Kalimero. Jetzt kann ich mich, glaube ich, dann beim nächsten Mal an den Innenausbau machen und hier den Rest fertig machen. Und dann kommt ja vielleicht nochmal ein Biom, was von hier vorne, also nur, ich will es dir nicht zeigen, aber was hier von dem entlang geht und hier so schön bis zu meinem Portal sich da durchschlängelt und das Gebiet hier so ein bisschen abtrennt. Mit so einem giftigen Grün, dass die ganzen giftigen Gase, die hier aus den Hochöfen gekommen sind, schön da rüber gehen. Was meinst? Ja, wer weiß, was da noch passiert, ne? Ja, ja. Okay. Gut, Kalimero. Danke für die Hilfe. Und wir machen jetzt mal weiter. Na, da darf ich mal wirklich gespannt sein, was auf mich zukommt. Ich bin gespannt, wie die nächste Runde im Biomkrieg ausschaut. Ich muss sagen, dieses Biom jetzt hier für unsere Schmiede gefällt mir schon sehr gut. Ein paar Details müssen jetzt noch im Außenbereich gemacht werden. Dann sollte das Ganze hier aber fertig werden und ich bin echt, echt, echt happy, wenn euch das Ganze auch gefällt. Falls ja, lasst es mich gerne mit der Hilfe eines Daumen nach oben wissen. Schreibt gerne einen Kommentar. Schaut meine anderen Videos. Abonniert kostenlos den Kanal. Und ich sage jetzt an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis bald zur nächsten Folge von Minecraft Mystery. Und ich sage jetzt noch mal, was ich hier?